. . . . . . . . Können wir ein Foto mit dir machen? . 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 Du bist nicht ein Trum, okay? Das ist niemand. So, sie ist da. Sie ist auf mich. Mangelnde Körperhygiene, Appetitlosigkeit, Selbstzweifel, Gewichtsverlust. Abkapselung. Stufe 4 ist abgeschlossen. Lass mich alleine. Du kannst runnen. Du kannst überhaupt gar nicht hide. Fuck! Ich bin eine Persönlichkeitsstörung. Panikstörung? Posttraumatische Belastungsstörung? Er wehrt sich sehr gegen den Gedanken, eine Depression zu haben oder Hilfe zu brauchen. Wie lange brauchst du noch? Und warum dauert das überhaupt so lange? Was hast du noch für Symptome, die du verstärken kannst? Was ist dein Plan? Ich wollte die sozialen Kontakte einschränken. Das hast du schon. Aber noch mehr? Fuck off. Ja, so leicht geht das leider nicht.